Politik Ähm, Ärztin Wieso? Ähm, Augenärztin Wieso? Weil man Leuten helfen kann Und ja, ich finde es auch cool Ich heiße Boatin, mein Traumberuf ist Lehrer Von meinem Beruf wünsche ich mir viel Zeit haben Also Freizeit Und viel Geld verdienen Mein Traumberuf ist Ähm Ähm Fußballer Dass ich wie Ronaldo Dass ich so viel Geld bekomme Oder so Dass ich eine Villa habe Und dass ich eine Frau habe Und nein Mein zweiter Traumberuf ist Dass ich Bademeister Ähm Mein Beruf ist Bademeister Und äh Fußballer Und Tischtennisspieler Mein Traumberuf ist Lehrerin zu sein Von meinem Beruf wünsche ich mir Dass es ähm Brave Kinder geben Und dass ich viel Geld verdiene Und ähm Also das ist ein schönes Beruf ist Das geht in meinem Beruf gar nicht Wenn die Kinder schlimm sind Und wenn ich wenig Geld kriege Also Milan Was sagst du zu dem Thema Traumberuf? Erzähl doch mal was Was ist dein Traumberuf? Wie erwartest du dir den Traumberuf? Ich wollte immer Astronaut werden Astronaut und ist es daraus geworden? Nein Schade, warum nicht? Weil ich sehr krank bin Bitte? Nein Erwöhung Und was ist jetzt Ihr derzeitiger Beruf? Ich starte Ich starte Irgendwelch auf jemanden? Und gar keiner zusetzt Und gar keiner zusetzt Sind sie am suchen Oder? Ja Ja, wie lange denn schon? Ja seit einem Monat Seit einem Monat schon? Ja Na ja ok, das führt schon Langsam mit der Zeit halt Und wie viele Bewerbungen haben schon geschrieben Geschickt? Also sehr viele Mein jetziger Beruf ist Maurer Ich bin im zweiten Lehrling Aha Ja Gar nicht Ja, zu spät kommen Ähm Jaja, also in jedem Beruf ist halt zu spät kommen In Ordnung wohnt Das stimmt Bei meinem Beruf zählt halt die Neuigkeit, Pünktlichkeit So fast in jedem Beruf Okay Schauke, erzähl uns mal was dein Traumberuf ist Mein Traumberuf ist IT-Techniker IT-Techniker Ja, wenn ich jetzt eine Lehre machen will Was muss ich mitbringen? Was wir Was wir können? Ja, du musst auch schon ein bisschen was können Wenn du die Computer bedienst Und die Programme insidieren tust und so Okay Es gibt Programme, die du selber auch insidieren kannst Okay Was ist dein Traumberuf? Sprich Ärzte Okay Also dein Traumberuf ist Ärzte Maha, was ist dein Traumberuf? Auch Ärzte, aber Kinderärzte Achso Achso Warum wolltest du ja Ärztin werden? Warum wolltest du ja Ärztin werden? Weil das angeblich Spaß macht Achso Ja Hallo, ich heiße Esther und ich wünsche mir einen Beruf und ich will eine Lehrerin sein Ja Oder ich denke mal, dass ich eine Polizei werde, Polizisten werde Weil Polizisten ist was Schönes Damit wir zu einem anderen Haus gehen Oder Lernen ist schön, weil ich Kinder mag Okay Eine accreditation Ja